Herrmann absolviert, jetzt im zweiten Durchgang, deutlich, deutlich schwerer und wir schauen jetzt auf den deutschen Meister aus Chemnitz, schauen wie er sich schlägt, jetzt geht's los für Hannes Herrmann. Auch hier steht die Faust noch, null Fehlerpunkte und gleich am Anfang wird's, richtig kriminell für den Mann aus Chemnitz, aus Sachsen, unterwegs hier und auch beim deutschen Meister ist das Füßchen unten, also erster Fehlerpunkt angezeigt und luftanhalten für den Hannes. Aber das hat er gewusst, der Hannes Herrmann-Leckmann. Aktuell zweitplatzierter hier, der Start Nummer zwei, Hannes Herrmann. Und Hannes wird auch trainiert vom Weltmeister von Marco Hössel, also viel, viel Unterstützung von Marco Hössel aus dem benachbarten Zahleim hier für den Hannes. Und auch das hat, wir haben's hier gar nicht gesehen, also auch dort komplett unten abgestürzt, Hannes Herrmann, Riesenbeifall für den deutschen Meister. Also die zweite Runde, die geht hier wirklich. Also die zweite Runde, die geht hier wirklich. Also die zweite Runde.